Fotovoltaikanlagen stehen oft unter der Kritik, dass sie nicht besonders schön sind und viele Hausbesitzer entscheiden sich deshalb gegen eine Fotovoltaikanlage, weil sie sowas nicht auf ihrem Dach haben wollen. Wie man es heutzutage anders löst, das zeige ich dir heute in diesem Video. Bleibt dran, ist ein spannendes Thema. Zu Besuch ist heute Kai Buntrock. Kai ist Geschäftsführer der Firma Autark und die Firma Autark hat ein ganz besonderes Modul entwickelt, ein Solarmodul, das tatsächlich anders ausschaut als alle Module, die es auf dem Markt gibt. Aber bevor ich da jetzt was vorwegnehme, Kai erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vor, dich selbst und auch gerne die Firma Autark direkt. Mache ich gerne. Also Erdmar zum Wohl hier vom Stammtisch und danke für die Gelegenheit. Ja, ich selber bin demnächst 50, mache seit über 20 Jahren in Energie, begonnen auf der dunklen Seite der Macht, heute seit gut 15 Jahren rein erneuerbar und seit einigen Jahren rein in der Fotovoltaik. Bekommen bin ich zu der Autark Autark, weil ich die Vision vom Gründer, von Cornelius Paul teile. Der hat gesagt, es soll schön aussehen und die Schwelle, auf die Dächer zu kommen für Fotovoltaik, auf die sonst nichts passt, zu nehmen. Und das groß zu machen, diesen Gedanken und in die Masse zu führen, das ist unsere Vision und dafür bin ich angetreten. Und Autark ist ein Gebäude integrierter Photovoltaik-Spezialist. Also wir stellen tatsächlich in Europa selbst miniaturisierte Module her, veredeln damit Baustoff, in diesem Falle Dachziegel, Tondachziegel oder auch Betondachsteine und haben dazu, du hast es angesprochen, eine Innovationstiefe, die vom Modul über den Kabelbauern bis hin zur Leistungselektronik reicht. Weil es da spannende Spezifika gibt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dass das System besonders baufreundlich und handwerksfreundlich macht. Okay, jetzt hat der Kai noch nicht gesagt, worum es jetzt im Detail geht, das möchte ich jetzt mal tun. Also die Firma Autark stellt solche Solardachziegel her und anders als ich ursprünglich gedacht habe, ist das hier nicht eine oder zwei Zellen, sondern hier auf dieser Fläche sind insgesamt 78 Zellen, die miteinander verschaltet sind und die werden auf ein Standard Ziegel, ich glaube zwei oder drei Typen habt ihr da im Programm, auf flachen Ziegel aufgebracht, aber die Details, die kannst du mir dann gleich nochmal sagen. Also ich hoffe, man erkennt das so ein bisschen, also das ist ein Solarmodul, nicht 1,60m auf 80, was man so früher kannte mit dem Anzahl der Zellen, sondern ich glaube etwas über 40 mal 20 Zentimeter ist das Modul hier groß. 21 mal 33, genau. Ah ja, genau. Ja, was war so der Hintergrund, dass ihr einen solchen Ziegel entwickelt habt? Autark ist jetzt, ich rechne gerade zwölf Jahre alt, gegründet 2012, unter anderem von Cornelius Paul, der heute auch noch unser CTO ist, wie man so schön neudeutsch sagt. Und der hat gesagt, Solar ist mein Leben und ich finde Solarenergie fantastisch. Also das, was uns jeden Tag von der Sonne erreicht und unsere energetischen Notwendigkeiten eigentlich decken kann, das möchte ich, dass so viele Leute wie möglich auch nutzen können. Und es soll dabei irgendwie auch gut aussehen. Also das Thema großflächige Solarmodule auf Dachflächen, das fand er die zweitbeste Lösung und ist deswegen angetreten und hat gesagt, kann nicht so schwer sein, was da auf dem Dach passiert. Das bisschen Dach kann nicht so schlimm sein, damit mache ich noch Solar dazu, die Photovoltaik. Und das war glaube ich auch der Anfang von ein, zwei blutigen Nasen, die wir uns geholt haben in der Entwicklung. Hat aber dazu geführt, dass wir tatsächlich heute sagen, wir sind hauptausgerichtet an den, an den Notwendigkeiten des Handwerks und des Daches als solchen. Haben da also diese Richtung umgedreht und gesagt, was braucht denn eigentlich das Dach, um Photovoltaik bestmöglich zu integrieren? Und nicht umgekehrt, wie kriege ich das Dach verdreht, sodass die Photovoltaik in seinem sonstigen Standard da auch drauf passt. Dazu ist er angetreten. Dazu sind wir heute ein großes Team von mehr als 75 Personen und sind stolz auf das Erreichte. Okay, da gibt es sehr ausführliche Antworten. Vielen Dank dafür. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz den Aufbau eines solchen Moduls darstellen. Also ich habe es gerade schon mal so gesagt, also das ist jetzt hier ein komplettes Solarmodul, was auf den Ziegel aufgebracht wird. Aber vielleicht kannst du mal den Aufbau etwas erläutern. Gerne. Ich fasse mich kürzer. Hab den Hinweis verstanden. Danke. Ist tatsächlich ein Standard-Solarmodul nur miniaturisiert. Also unser Know-how liegt darin, diesen Prozess zu beherrschen, das in Miniatur zu bewerkstelligen. Das heißt, wir schneiden standardmäßig große Waver oder Zellen zu der Zellgröße, die wir hier einsetzen, um dann 78 auf diese Modulfläche zu bringen. Das ist ein normales, gehärtetes Solarglas mit den normalen Einkapplungsmaterialien und dem Backsheet. Das Ganze wird dann auf dem Standard-Tondachziegel verbracht. Einmal mit einer Bohrung, der Stecker gelötet und entsprechend verfüllt und sehr dauerhaft dann verklebt mit diesem Tondachziegel. Sodass am Ende der Formfaktor genau der des Tondachziegels ist und bleibt. Was wiederum den Charme hat, dass weder das Planen durch Architektinnen und Architekten noch die Ausführung durchs Dachhandwerk in irgendeiner Weise was Neues berücksichtigen oder lernen muss, sondern das ist ein Baustoff, wie Sie ihn kennen. Nur macht er jetzt zusätzlich noch Strom. Für welche Ziegeltypen gibt es da typischerweise jetzt dann ein Modul von heute? Ja, also wir arbeiten insgesamt mit drei Ziegelpartnern. Einer ist in Norwegen. Es gab es, die machen Betondachsteine und dann in Deutschland und im deutschsprachigen Raum gibt es zwei Partner. Das eine ist Jakobi Walter und das andere Kreaton. Das sind Tondachziegel, zu denen sie sich entschieden haben. Glattziegel, wie man sieht. Das heißt, es gibt zwei Typen momentan, aber in diesen zwei Typen auch jeweils zwei Farben, sprich mit einem Schwarzen oder eben auch mit einem roten Modul. Nehmen wir vielleicht eine Frage vorweg, die ihr auch habt. Also das gibt es tatsächlich auch in der roten Ziegelfarbvariante. Okay. Weil du es jetzt gerade schon gesagt hast, gibt es da Leistungsunterschiede zwischen einem schwarzen Ziegel und einem roten Ziegel? Wir entgehen der Physik an der Stelle nicht. Richtig. Also Thema Schwarz ist, schwarze Farbe nimmt das gesamte Licht und die ganze Leistung auf. In dem Beispiel macht das jetzt also 10 Watt Peak pro Kleinmodul auf dem Ziegel. Rot entsteht ja dadurch, dass die roten Lichtanteile reflektiert werden. Deswegen nehmen wir das rote Licht wahr. Das heißt, den energetischen Anteil des Rotlichts verarbeitet dann das Modul auch nicht. Hat also Pi mal Daumen 20 Prozent weniger Leistung. Also das rote Modul hat sozusagen weniger Leistung als das schwarze. Ja. Trotzdem würde ich sagen, red is the new black. Es sieht viel, viel besser aus, finden die Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und trotz der geringeren Leistung ist es tatsächlich eine relativ hohe Nachfrage versus des Schwarzen, was uns überrascht, aber natürlich auch freut. Ja gut, es gibt ja Gebiete, da darf man gar keine schwarzen Ziegel montieren, gerade so im Altstadtbereich. Da werden ja, ist ja die Vorgabe, rote Ziegel, weil es früher keine schwarzen gab. Das stimmt. Und da sind die ja im Vorteil. Du hast glaube ich mal den Aufbau so ein bisschen gezeigt. Da hat man gesehen, hinten ist dieser Stecker, das ist ja ein Standardziegel. Arbeitet ihr da eng mit den Herstellern zusammen, dass ihr auch diesen ursprünglichen Ziegel auch, ich sag jetzt mal, beschädigen dürft? Absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Produktgarantie, werden sich viele von euch fragen, sind davon nicht berührt. Das heißt, der Ziegel als solcher behält seine Funktion, ist selbstverständlich auch über die Klimakammern in den schnellen Alterungstests alles nachvollzogen und auch getestet. Heißt, der Ziegel erfüllt seine Hauptfunktion, ein Dach dicht zu machen und dich zu halten und sich und dich unterm Dach auch gegen das Wetter und die Einflüsse zu schützen. Die sind tatsächlich die normalen Serien und Formen dieser Standardziegel. Das ist auch eine Stärke dieses Produktes, was ich eben anpassen kann auf den jeweiligen Baustoff. Und da gibt es letztendlich keine Extras. Deswegen passen auch die sonstigen Systemziegel ohne jegliche sonstigen Maßnahmen ineinander. Okay. Jetzt, ich nehme jetzt schon ein bisschen ein paar Fragen vorweg. Ich will jetzt noch nicht auf die Kosten von einem solchen Modulziegel kommen, aber wer ist da so der typische Abnehmer? Weil ich, nachher kommen wir auch mal zu dem Preisunterschied. Wer kauft heute eine solche Photovoltaikanlage mit solchen Modulen? In der Hauptsache, und das sind gut 70 Prozent der Kundinnen und Kunden, sind es Menschen, die ein Haus besitzen. Entweder ein Alleinstehendes oder ein Doppelhaus und sagen, ich möchte es sanieren. Weniger, etwa 5 Prozent der Personen bauen tatsächlich neu. Also das Schwergewicht liegt in der Sanierung. Und die dann sagen, ich brauche eine energetische sind Dachsanierung. Ich möchte aber eine ästhetische und sichere Photovoltaische Integration in mein Dach. Und die entscheiden sich tatsächlich für die Ziegel. Und es geht vom Rheinhaus bis hin zum Schloss und alles zwischendrin. Also wir haben züricher Stadtvillen, die sowas einsetzen. Wir haben aber auch denkmalgeschützte Sakralbauten in Innenstädten wie Würzburg. Also die Kundschaft ist mehrfach privat, aber auch das öffentliche und der kirchliche Bereich nehmen stark zu, weil sie eben die Potenziale durch die Solardachziegel jetzt auch erkennen und gern nutzen möchten. Da hat es ja, glaube ich, auch gesetzlich jetzt was getan in den letzten zwei Jahren, dass auch denkmalgeschützte oder ensemblegeschützte Bereiche auch mit Modulen belegt werden dürfen. Also jetzt hier in Regensburg auch ein Weltkulturerbe, wo auch die Stadtväter und Mütter jetzt nicht so glücklich darüber waren, dass jetzt hier die Altstadtbauten dann auch mit Modulen belegt werden. Das dürfte ja eigentlich auch ein Abnehmer eurer Produkte sein, oder? Ist es absolut. Also diese Regelung sagt zwar, der Energiewende und in dem Falle der Integration von Photovoltaik auf den Dächern des Vorgangs zu räumen, sind starke fallbezogene Aspekte, die auch nicht übergeordnet geregelt sind, sondern tatsächlich häufig sehr, sehr lokal. Da können manche von euch vielleicht auch ein Lied von singen. Also das ist ein langwieriger Prozess. Aber, richtig, gerade auch Regensburg, schönes Beispiel, sind wir schon heute hier, machen wir gerade ein erstes Projekt im Innenstadtbereich, wo ich glaube, dass es auch den genehmigenden Behörden viel leichter gefallen ist, Ja zu sagen zur Photovoltaik, weil sie eben komplett Gebäude integriert ist mit so einem Solardachziegel. Das nimmt zu, das sehen wir, auch die grundpositive Einstellung, gerade auch der Denkmalschutzbehörden. Okay, bevor wir jetzt zu noch ein paar technischen Details kommen, wer darf generell solche Dachziegel eindecken? Also normalerweise, das Dach darf eigentlich nur vor einem Meisterbetrieb eingedeckt werden. Ist das hier genauso? So soll es auch bleiben. Also dafür sind wir angetreten. Wir möchten die Tradition mitnehmen und in die Moderne führen. Das heißt aber auch, dass dieses Traditionshandwerk genau das tun soll, was es beherrscht und seit hunderten von Jahren durchführt, nämlich Dächern zu decken. Und das Schöne an dem System ist, dass es wirklich in seiner Komplettheit vom Dachhandwerk installiert werden kann, ohne eine Zusatzausbildung. Das heißt, es sind sehr spezifische, auch elektrische Eigenschaften, die dieses System hat, die dazu führen, dass ein Dachhandwerker tatsächlich vom Kabelbaum bis zum Eindecken des Ziegels das komplett selbst macht. Und damit bleibt es in den Händen derer, die es am besten können und auch verstehen. Okay. Also typischer Dachdecker-Meisterbetrieb deckt das Dach ein. Der Solateur, der jetzt nicht den Meisterbetrieb oder den Dachdecker-Meisterbetrieb schon integriert hat, die kooperieren dann in der Regel miteinander. Kooperieren miteinander und der übernimmt dann den elektrischen Teil zum Thema der House-Elektrik oder auch des Netzanschlusses, Wechselrichter, Batteriespeicher, Wallbox oder auch andere Aspekte, ja. Okay. Kommen wir nochmal zum technischen Aufbau zurück. Ein solches Modul, Dachziegel, wie viel Watt Leistung hat jetzt dieser Ziegel? Das, wie es hier vor uns liegt und wie ihr es vielleicht hier auch nochmal erkennt und sehen könnt in dieser schwarzen Variante macht 10 Watt Peak pro Ziegel. Und um der Frage vorwegzugreifen, auch eurer, pro Quadratmeter nutzt man etwa 12 Solardachziegel. Das ist aufgrund der Abmaße so gegeben. Das heißt, ich habe einen Quadratmeter Ertrag im Solardachziegel von 120 Watt Peak. 120 Watt Peak. So, jetzt haben wir die Module oben drauf. Jetzt müssen wir natürlich die Energie weiterführen. Wie werden die Module untereinander verschaltet? Das ist der Clou, würde ich sagen, was das System eigentlich auszeichnet, neben der Miniaturisierung. Das ist ein Kabelbaum, der mit Buskabeln arbeitet. Warum sind das Buskabel? Weil Aufdachanlagen, aber auch die sonstigen gebäudeintegrierten Lösungen, die es gibt, teils ziegelersetzend, arbeiten in Serie geschaltet. Das heißt, die sind hintereinander in Reihe. Dieses System arbeitet tatsächlich in Parallelschaltung. Das kann das, weil auch der Kabelbaum von uns patentgeschützt selbst entwickelt ist und hergestellt wird, sodass das wie so eine Tannenbaumkette ist. Wir können dadurch auch komplett verzichten. Nächste Frage vielleicht vorweg. Es gibt keine Leistungselektronik auf dem Dach. Das heißt, die Anfälligkeit, die meist befürchtet wird aufgrund der vielen Steckverbindungen auf dem Dach, die ist dadurch reduziert, dass wir komplett leistungselektronikfrei auf dem Dach wohlgemerkt arbeiten und in der Parallelschaltung auch die Teilverschattung beispielsweise einzelner Ziegel im Tagesverlauf sich nicht auf das System auswirken kann. Ich möchte noch ein bisschen ergänzen. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass zwei Module in Reihe geschaltet werden und dann über sechs Meter Kabelbaumlängen die Module in Reihe geschaltet werden. Parallel. Parallel geschaltet werden. Danke. Und das heißt, das ist natürlich ein Riesenvorteil, gerade auch was so Verschattungen, Teilverschattungen angeht. Aber dazu muss ich natürlich die ganzen Kabel an einer Stelle zusammenführen. Ist das richtig? Richtig. Was wir machen, wir sprechen bei uns von sogenannten Feldern. Also sonst sprichst du ja von Strings oder von Reihen. Hier entstehen entsprechende Felder. Ein Felder hat in der Regel 200 Solardachziegel in der Maximalausprägung. Die Stärke dieses Formfaktors ist natürlich, dass ich auch kleine Bereiche auf dem Dach ausnutzen kann. Das heißt, können auch weniger sein, aber maximal 200. Das heißt, pro Feld sammelst du das dann und führst es in eine zentrale leistungselektronische Einheit. Die heißt bei uns PV-Wandler. Weil wenn ihr euch erinnert, wir operieren hier in 80 Volt Gleichspannung, also Kleinspannung. Da macht kein handelsüblicher Wechselrichter, Solarwechselrichter mit. Und dieser PV-Wandler sitzt sehr zentral, geschützt im Haus, entweder am Dachstuhl oder im Technikraum und sorgt dafür, dass dann die Betriebsspannung der handelsüblichen Wechselrichter erreicht wird. Und da passiert diese Bündelung dieser Felder. Okay. Und das ist ein Riesenvorteil. Wir haben große Felder, kleine Felder. Wir können um Gaumen herum das wunderbar verlegen. Wir haben keine Nachteile bei der Verschattung. Also das heißt eigentlich eine optimale Ausnutzung oder maximale Ausnutzung der Dächer. Ja. Deswegen sind wir auch insofern unbescheiden, als dass wir sagen, wir entwickeln und bieten an den Standard in Europa für gebäudeintegrierte Photovoltaik. Weil wir sagen, von den Grundcharakteristiken des Systems ist es ein No-Brainer, wie man so schön neudeutsch sagt. Und all die Elemente, die du gerade beschrieben hast, kommen da zum Tragen. Absolut. Gut. Jetzt haben wir mal vielleicht die Situation, ein Modul fällt aus. In dieser Masse der einzelnen Module, Solardachziegel, fällt es jetzt nicht weiter auf? Fällt dann die ganze Anlage aus oder der Strang? Nein. Wie du es schon richtig ergänzt hast, zwei sind ja immer in Reihe geschaltet. Sprich, die gehen an eine sogenannte Junction Box ins Buskabel. Das heißt, im Maximalfall, wenn mal ein Ziegel defekt ist oder verschattet, verschmutzt, dann fallen zwei Solardachziegel aus in diesem Feld. Das Charmante ist, über diese Leistungselektronikeinheit, den PV-Wandler, rufen wir morgens ins System rein, sagen, seid ihr alle da? Und dann melden die zurück. Das heißt, ich kann da schon an der Schwelle erkennen, oh, da fehlen zwei, vier, sechs oder acht. Und dann ist es eine Kosten-Nutzen-Entscheidung zu sagen, möchte ich aufs Dach kraxeln und schauen, was los ist? Oder möchte ich gegebenenfalls mit der Wärmebildkamera befliegen, um dann punktgenau genau die Ziegelpaare zu sehen, die inaktiv sind. Das ist, wie gesagt, eine Kosten-Nutzen-Betrachtung und in der Regel würde man das jetzt nicht bei zwei aus tausend machen, aber in anderen Fällen rentiert sich das natürlich. Sollte da möglichst wenig vorkommen. Da sind wir vielleicht noch mal bei dem Punkt, die Module werden ja über Steckverbinder an den Kabelbaum angeschlossen. Ist das ein spezielles Patent? Ja, also der Kabelbaum, genau wie der Stecker, ist in Eigenentwicklung, genauso wie das Modul selbst und die Leistungselektronik. Den Charme, den das hat, unsere Partner, also wir sind im B2B-Geschäft, die kriegen von uns alles aus seiner Hand. Das heißt, das Spezialmodul, das Spezialkabel und die Spezialleistungselektronik. Also da gibt es kein Fingerpointing, wo ist jetzt welcher Fehler. Ist alles autark designt und in der Auftragsfertigung durch unsere Kontrolle auch gefertigt. Das heißt, das ist eine eigene patentgeschützte Entwicklung, dieses Kabel, ja. Okay. Was sagt eigentlich Elon Musk zu eurem Solar-Nachziegel? Weil der hat ja selber mal sowas. Ich glaube, der hat andere Sonnen, oder? Der ist mit X beschäftigt und SpaceX und anderen Themen. Also wir nehmen durchaus wahr, dass es Seitenbesuche, man kann heute ja alles nachvollziehen, von Tesla gibt auf unserer Website. Wir wissen aber nicht, ob es dann Kolleginnen und Kollegen von Elon sind, die vielleicht ein funktionierendes Dach bauen. Wir haben noch keinen direkten Kontakt. Genau. Also es ging ja durch die Presse, dass Freund Elon Musk auch an solchen Ziegeln arbeitet und die auch schon auf den Markt gebracht hat. Der bringt das natürlich Presse, technisch natürlich anders immer auf den Markt, als ihr es vielleicht tut. Also der ging weltweit durch die Medien mit diesen Ziegeln. Vielleicht jetzt so die letzten zwei Fragen. Begehbar oder nicht begehbar? Das Modul. Die Dachhandwerker und insbesondere meine lieben Business-Partner Kreaton Jakobi hören jetzt mal weg. Ja, ist Begehbar. Aber immer nach Regeln des Dachhandwerks. Das heißt, das Steildach sollte man ohne ähnlich begehen, ohne eine Dachdeckerleiter. So viel dazu. Wenn das jetzt ein sehr flaches Dach ist mit 10% Neigung und nicht viel mehr, der Formfaktor erlaubt es tatsächlich, belastet zu werden und auch Punktlasten wie ein Fuß oder ein Knie führen jetzt nicht zu Mikrorissen und Beschädigungen des Moduls, weil das aufgrund der Steifigkeit nicht passieren kann. Begehbar ja, aber mit einem großen Aber. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Wie schaut es preistechnisch aus? Das wollen alle wissen. So viel kann ich verraten. Es ist nicht günstiger als ein typisches Standardmodul. Kommt aus dem Modul an. Wenn es eine Sonderanfertigung ist, handgefertigt mit Edelmetallrahmen. Einen wichtigen Hinweis, den ich liefern würde, über die Laufzeit einer Anlage aufgrund der geringeren Wartung und der Nichtnotwendigkeit des Austausches von Leistungselektronik auf dem Dach, bitte bedenken, so eine Anlage läuft ja bis zu 40 Jahre, wird es günstiger. Also es sind auch keine Bypass-Bio drin? Nein. In der Anschaffung kann man rechnen mit circa 400 bis 450 Euro den Quadratmeter verlegt. Das heißt, dann ist es tatsächlich schon auf dem Dach inklusive des Kabels und der Verlegeleistung des Dachhandwerks. Das ist eine Hausnummer, mit der geht man nicht falsch. Wichtig aber zu verstehen ist, autarkes Technologienlieferant, ähnlich wie Gorotex oder Intel, an jemanden, der das dann im Endprodukt hat und in dem Fall eben Reaton oder Jacobi Walter. Und daher gibt es in diesem mehrstufigen Vertriebsweg immer mal gewisse Unterschiede, bis das bei euch zu Hause dann auch ankommt auf dem Dach. Aber in der Größenordnung ist unsere Erfahrung, ist ein Dach mit Solardachziegeln eingedeckt. Okay, also 400 Euro pro Quadratmeter. Also vielleicht… Du hast das untere Ende genommen, aber lassen wir das mal. Okay, das heißt, wenn wir uns zurückerinnern, wir haben 120 Watt pro Quadratmeter. Das heißt, 1 kW dürfte man so bei 7, 8 Quadratmetern sein. Ist das richtig? Ja. Also das musste man dann entsprechend multiplizieren, abzüglich natürlich der Unterkonstruktionen, die man normalerweise bräuchte. Da waren jetzt sehr wahrscheinlich auch schon die Kabelbäume und sowas mit dabei. Und den typischen Standardziegel, den man normalerweise auch noch drunter bräuchte. Also man muss es ehrlicherweise sagen, es ist… Hier steht Ästhetik natürlich vielleicht sogar nochmal ein Stück… Ja, Ästhetik gleich Funktion. Bei der typischen PV-Anlage ist ja die Funktion oder die Leistung steht ja immer stark im Vordergrund. Das ist jetzt hier, würde ich mal sagen, nicht zu jemandem, der sagt, ich möchte möglichst wirtschaftlich eine oder günstig eine PV-Anlage auf meinem Dach haben, sondern eher der, der sagt, ich möchte mein Haus damit eigentlich nochmal optisch aufwerten, möchte aber trotzdem eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach haben. Also man muss da etwas tiefer in die Tasche greifen, muss man ehrlich sagen. Aber ich glaube, hier hat man dann auch langfristig was, was auch optisch zu seinem schönen Haus passt. Widerspruch euer Ehren an zwei Punkten. Völlig richtig, was du sagst im Grundsatz. Ich nehme am Anfang mehr Geld in die Hand. Wie ich schon erwähnt habe, sehr viel wartungsärmer und allein durch die Tatsache, dass ich keine Leistungselektronik tauschen muss über die Laufzeit der Anlage und alleine über die 25 Jahre der Garantiezeit wird man Leistungselektronik einmal tauschen müssen auf dem Dach. Das ist ein Aspekt. Der nächste Teil, die Leute kaufen keine Solaranlage unserer Erfahrung mehr auf dem Dach, sondern die Kilowattstunde Strom, die sie erzeugen. Und dann, wie ihr das ja sehr gelungen auch anbietet, in der Sektorgruppe. Sprich Batterie, Mobilität, gegebenenfalls Wärme. Das kommt dann zum Tragen und wird dann günstig, die Kilowattstunde, wenn du auf einmal mehr Kilowattstunden vom Dach holen kannst mit diesem System, als du es in dem Modul könntest. Und das heißt, wenn ihr ein besonders komplexes Dach habt, viele Gauben, Fenster, Grate, dann kriegen wir aufgrund des Formfaktors viel mehr Leistung vom Dach. Das heißt, die Kilowattstunde relativ gesehen, die ihr vom Dach holt, ist günstiger. Und du hast einen höhen Leidungsversorgungsgrad, gerade durch die Sektorkopplung, Wärme, Mobilität, vielleicht noch ein bisschen Spielerei mit Community Solar, dann würde ich sagen, ist das eingeschränkt richtig, was du vorher gesagt hast. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Also optisch muss ich sagen, ist es ein richtiger Mehrwert, den ihr uns da auch bietet. Natürlich, nicht jeder Kunde wird darauf anspringen. Richtig, so ehrlich muss man da sein. Haben wir irgendwelche Punkte vergessen? Ich glaube, wir sind so schon über unsere Zeit. Wir sind über die Zeit, wollen sich überstrapazieren. Ich hoffe, das Bier hat geschmeckt. Ja. Durch meine Heimat Heidelberg im Übrigen. Ja, du nimmst über vieles direkt vorweg. Vielen Dank. Also kommen wir zum Abschluss. Ich sage erstmal danke, dass du 20 Minuten durchgehalten hast. Vielleicht waren wir sogar etwas länger heute. Alle Informationen zu Autark, zu den Modulen, findest du in unserer Videobeschreibung. Wenn du heute das erste Mal dabei gewesen bist, dann würde ich uns natürlich freuen, wenn du unseren Solarstammtisch-Kanal abonnierst, damit du direkte Informationen bekommst, wenn ein neues Video hochgeladen wird, am besten leicht die Glocke bedienen. Der Kai hat es gerade schon gesagt, was wäre ein Stammtisch ohne Bier? Heute kommt das Bier aus Heidelberg von der Klosterhof Brauerei. Also immer ein bisschen Schleichwerbung nebenbei. Vielleicht, wenn das jemand mal sieht von Klosterhof aus Heidelberg. Wir freuen uns immer über jeden Kasten Bier, der uns kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. In diesem Sinne, vielen Dank Kai, dass du da warst. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Gute Zeit. Perfekt. Perfekt.